Und da sind wir wieder in Battlefield 4. Mit mir dabei ist Irish Pack und... Na, wer bist du denn? Hovec? Na, du? Ja, wir steigen jetzt hier endlich mal ins Boot. Die meckern die ganze Zeit hier rum. Nicht auch nicht. Da kommt mal alle rein. Los geht's. Wow. Was? Alter, kannst du mich doch nicht einfach fallen lassen? Na dann los, wohin wollen wir fahren? Ich glaube, wir müssen zum Schiff da hinten. Ich gebe einfach mal Gas. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Chef. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du frisst uns das Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Denken Kopitsch. Denken Kopitsch. Ich habe schon irgendwie cool drauf. Unter der Titan ist ein Riff am Rand einer 3000 Meter, die die Klopft. Sie könnte jeden Moment abholen. Wow. Nice. Kann niemand sehen. Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Ja. Sie läuft voller Wasser. Ich glaube es läuft, kleiner Bruder. Irgendjemand hat sie erledigt. Schau, ich, Sir. Wo bist du der Hess? Kommt da rein. Warte mal um und kreist sie. Such nach einem Loch im Rumpf oder so. Alles klar. Aber Bruder ist Peck mit Irish verwandt oder so? Oder hat er das einfach nur so gesagt? Ich habe solche Schäden schon mal gesehen. Chinesische Schiffsabwehrrakete. Fahr durch, Wrecker. Alles klar. Pass auf. Die Titan wurde nicht vom EMV. Schanghai getroffen. Sie hat mehrere Stunden lang berichtet. Die wir, der Schäden zu haben, sollst du uns beeilen? Machen wir natürlich. Wir beeilen uns immer. Das lasst mich mal hier hoch. Sehr gut. Weiter geht's. Eben mal schön hier lang, Robin. Jetzt sind wir hier also auf der Titan, die uns eigentlich helfen sollte. Und naja, der Titan geht es anscheinend nicht so priegelnd. Nein. Also los, dann wollen wir mal schnell machen. Aber so viel Wasser ist hier ja noch nicht. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrolle ziehen. Such nach Luke G-46. So wie kommen wir dir hin? Ich hab die Hatchet. Ist das richtig? Okay, wo ist sie? Da. Lieb voraus. Na, kommt mal mit. Ich laufe schon einfach mal vor. Ich finde Luke. G-46. Da ist er doch. Hier. Von Denden. Natürlich hab ich sie. Na, helfen wir mit. Die ist ganz schön schwer. Was aber nicht. Puh. Oh. Müssen. Naja, dann wollen wir mal. Wollen wir mal hier ein bisschen vorwärts schwimmen. Einfach mal den Leuten hinterher. Was auch cool gemacht hier unter Wasser. So mit Nachtsichtgerät und so. Ah, nee. Er wirft so. Amt mal runter. Geil. Super, Alvish. Machst du super. Kann ich auch ein bisschen schneller schwimmen? Oh. Hallo. Du hast es wohl nicht genau ganz geschafft, wa? Nein. Nein. Wend dich mal hier. Alter, da oben ist doch Luft, oder? Warum? Da ist Feuer da oben drüber, ja. Alter, da kann ich irgendwas öffnen. Oder so. Alter. Der wendet sich aber total schief. Ein bisschen schwergängig hier. Gehre die Steuerung. Ah, nach oben klettern, alles klar. Sehr schön. Schön, dass du im Pool. Hey. Hört mal. Überlebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Dann los geht's. Yo. Los, 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 los. Was zum Henker? Hopp mit. Seid alle da, alles klar. Haben Weg gefunden. Kommt mit. Los geht ihr mal wieder vor. Oh shit. Oh nein, wir kriegen das nicht auf, oder? Die sind bereits tot. Gehen wir. Dein Scheiß tun wir. Wir lassen sie nicht zurück. Selbst mit dem Schweißgerät würde das ganze neun Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter so steigt, sind sie bis dahin längst tot. Sie bleiben hier. Das ist ein Befehl. Du hast Jarrison gehört. Mann, fick dich. Halte durch, Leute. Meine Jarrison nicht. Hör mich. Scheiße, Irish. Bleib cool. Es tut mir leid. Gehen wir los, los. Boah. Ich bin ein Fixer. Ich zeig's dir auch gleich mal heim, Alter. Wecker. Wir müssen los. Die haben uns hier eingesperrt. Bitte, lass es nicht hier und sterben. Wer hat euch eingesperrt? Sie haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Sie haben die Rakete in Schild geschossen und es dann geändert? Das ist doch sinnlos. Ja. Wir sollen weiter. Dann los. Wir müssen sterben. Nein, bitte. Sag meiner Mann. Sag meiner Mann. Ich kann doch noch nicht sterben. Nicht mit diesem Lauf. Oh shit. Oh shit. Also ich wäre lieber auf Iris' Seite, aber Kovic hat ja jetzt das Sagen. Obwohl ich Squatty da blind besorgt. Das ist schon alles ein bisschen mies. Alter, was geht denn her? Da muss ich irgendwas mitnehmen. Eine Festplatte. Jo. Hab sie. Ey, hallo? Runter von diesem Rosthaufen. Kovic? Das war meins. Alter, er schießt gleich im Kopf, ey. Nein. Bam, 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 bam. Los, geht's. Los, 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 los. Los, los, los. Hier sind ein paar Leute. Alter. Jahu, jahu. Jahu, jahu. Alter, ist das das Einzige, was ich sagen kann? Sehr schön. Oh mein Gott. Da, hier in dem Wies immer noch einer. Sehr schön, sehr schön. Jo, jahu. Jo, la, hu. Ich find's echt witzig. Sehr schön. Ja, hallo, ihr beiden. Alter, die ganzen Chinesen haben unser Schiff übernommen. Und es ist saudunkel hier unten. Ich seh kaum was. Dann noch die ganzen Lichteffekte. Die einfach mega krass sind. Naja, wollen wir hier einfach mal durchgehen. Wow, mein Gott. Was? Was zum Henker? Was? Nein. Nein, Leute. Leute. Oh, gut. Wovor er runterfällt, könnte ich ihm noch erschießen. Alles, leider ist alles gut. Oh mein, holy shit. Alter, Titanic, oder was? Steh auf. Komm her. Alter, wie krass ist das? Was für eine Hammer-Action hier. Und ich hab überhaupt keine Mission mehr. In der UMP. Wollen wir einfach einmal runter. Aua. Ah, ich bin gestoppt. Was? Wo? Okay, hinten sind welche, alles klar. Wo? Alter, ich kann die da hinten grad nicht treffen, irgendwie. Los geht's. Granate hin. Alter, ein Punkt nach dem nächsten. Oh, geil, ich kann... Sehr schön. Sehr schön, das machen wir jetzt einfach. Achtung, Leute, Leute, Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Granate. Holy shit. Holy shit, ich bin so gut wie tot. Alter, geht das hier. Warte, das... Irgendwann ist es auch noch. Achtung, Achtung, Achtung. Was von wo? Was von wo? Alter. Da sind noch welche. Alter, ich hab die ganze Zeit von der Seite getroffen. Da vorne ist Munition. Ich muss erstmal die Munition hören. Ohne geht's jetzt grad nicht. Warte mal kurz. Die UMP. Die Scout Elite da eintauschen. So. Wobei, wir mal von hinten snipen ein bisschen. Wir werden hier die ganze Zeit getroffen. Also ich glaub, das bringt uns gar nichts. Wir nehmen lieber was anderes mit. Hier, nehmen wir mal die mit. So, los geht's. Sicher ist, Alter, wir werden die ganze Zeit von da getroffen. Wir schießen ja hier auf Schiff. Los, weiter geht's. Nicht... Los, 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 los. Hanker, hört auf. Die schießen gut. Die Kraft durchschlafen. Sehr schön. Jagen wir die einfach mal da hinten alle in die Luft. Wow, wow, wow. Was hier grad abgeht einfach nur. Was zum Hanker? Sag mir bitte, ich kann die Rakete schießen. Bitte los. Bitte geschah. Oder? Könnte ich das Ding nach vorne schießen? Schade, nein. Alter. Geh weg. Oh mein Gott, ich bin so heavy down. Ist auch heftig hier. Wir spielen hier immer noch auf normal. Ist das nix geändert. Ich hacke einfach mal kurz die ganze Dinger in die Luft. Vorsicht selber. Bevor es die Gegner machen geht. Dann wollen wir losrennen. Ja, unten ist dein Boot. Ach, klauen wir jetzt auf der Boote? Natürlich. Scheiß drauf. Wir holen jetzt einfach das Boot. Ist doch egal. Wir müssen die Chinesen befahren. Elfen und uns selber. Alles klar, ich fahre immer wieder. Weil ich auch der beste Fahrer bin. Was zum Hanker? Ich kann auch was anderes auswählen. Alles klar. Sehr schön. Bam. Boah, ist das geil. Ich kann es nur noch mal sagen. Probiert es selber mal aus. Spacklefeld, auch die COD-Spieler. Unter euch. Wenn euch das jetzt nicht so gefällt. Das ist einfach mega nice. Macht mega viel Laune. Sehr schön. Du bist weg. Ich kann die gerade nicht annehmen. Warte mal, ich halte mal so drauf. Sehr schön. Boah, weil es ja auch so viele Vans sind. Los geht's. Halten und Feuer daneben. Ich muss sie erst in Sicht bekommen. Achtung. Wo ist das Boot? Ich habe, glaube ich, keine Kette mehr gehabt. Los, 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 los. Ich brauche Munition, ich brauche Munition. Boah, ich brauche Munition. Boah, alter Scheiße. Los, 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 los. Sehr schön. Bam. Und zurück. Boah, ist das schön hier mit dem Boot so rum und dran. Wir haben wieder Rakete. Alles klar, das ist schön. Wir haben mal ein bisschen Gas. Müssen wir da vorne ins Elm bekommen. Hallo, Leute. Und tschüss. Los, 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 los. Alle weg, einfach alle weg. Basieren. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinfahren sollen überhaupt. Ich glaube, wir sind... Wow. Tschüss. Und hier vorne sind noch welche. Los, lad nach, lad nach, lad nach. Sehr schön. Vorhin ist da einer. Hallo. Ich weiß. War ja auch von mir. Achso, wir sind jetzt auf der Wackeli. Äh, was? Wackeli. Schnappdüpf. War ja unser Schiff halt. Warst du, Menka? Ist der Tritt dabei? Oh nein. Ich kann es mir jetzt nicht sagen, dass er uns sieht. Ich kann ihn nicht annehmen, oder? Nein, da waren wir mal so einfach. Ich glaube, ich war nur Bodenabwehr gerade. Halt die. Halt den Rand. Ich kann... Ne, ich kann ihn nicht annehmen. Schade. Wow, sehr schön. Und unser Boot fährt einfach weiter. Los geht's. Absolut unser Schiff. Wow, ist er. Schön. Morgen, Kumpels. War schön, wie die da stehen. Wo ist eigentlich Pack? Wow. Hehehe. Ich glaube, die wollten, dass wir hier reinkommen. Alter, warum stehen die da oben schon? Ich brauche Militieren. 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 Achtung. Oh mein Gott. Hehehe. Na, ich wollte ein bisschen Rambo-mäßig gerade reingehen. Warte. Die sehen uns ja am Anfang noch nicht. Oder? Wir kommen ja hier aus dem Boot, die sehen uns noch nicht. Also gehen wir erstmal langsam hier vor. nehmt uns vielleicht ihr mit einfach mal so spaßshalber schmessen da einfach jetzt mal granaten einfach ein paar granaten jetzt wird schon schief gehen da bekommen wir auch sehr viele gerade das lohnt sich richtig alter wo kommst du denn her wir brauchen ein bisschen leben und da hinten können wir uns irgendwie granaten oder sowas war ein paketenwerfer keine ahnung das schiff ist doch voll von chinesen wir müssen zerbrücken sofort ich nehme die einfach mal mit hier alter dies ja geil ne ich einfach mal mit so vielleicht gesteckt wird dann neidisch neidisch waffendurch frei meine stimme ist auch gleich weg hier hallo ich gehe gerade hier leiter hoch sehr schön mache ich das kommt ihr ihr seid hinter mir alles klar kommt hier noch eine hoch oh mein gott oh mein gott oh scheiße ich kann mich doch jetzt nicht ankommen mit pistonia dagegen werfen äh bewehren deswegen alles klar ich hab's kapiert dies dinge variante in einem abgefeuert werden kann ohne schützen zu verletzen wirkens von der ungegelenkte einfach sagen also interessant ich nehme mal die mit sehr schön ich krieg die helis ja ich ziele ja hier steht echt im weg oh shit oh wow 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 heiliger alter nein ich stehe immer da oben wenn es die gleiche mal zuerst mal nach oben geht oh shit ich glaub das wird so nicht oh nein das wird so nicht ich glaub ich muss mir die andere holen warte mal kurz warte mal kurz so ich glaub die schießt besser schießt eher gerade ja ja ich schießt gerade was zum hanker schießt hier hin hä wollt ihr mich verarschen sehr schön was hinter uns laufen doch gerade welche ja da vorne laufen ganz viele sind schon alle auf der minikarte also ich weiß hier wird party gemacht konnichiwa hallo chinesen und tschüss chinesen ich bin es einfach mal hier die waffe ich gerade aufbogen habe sehr schön sehr schön aber wir bekommen die Punkte nach dem nächsten das ist ziemlich gut wow Karnate ich habe gerade eine Artigkeit keine Werbung wow Leute die macht echt gar nichts oder na los du auch und du das ist in der anderen Linie die hat echt Bums die ist nicht schlecht die ich gerade aufgehoben habe von denen die hat echt Power wow Granate ach sei doch ruhig weiter wir müssen garrison finden cool habe ich die jetzt aufgehoben irgendwie gespeichert wie schalte ich die alle frei weiß ich nicht naja egal wir können durch die Kankestation gehen nochmal da kommen wir gerade nicht dran ich glaube das war auch was von oben eben obwohl wir uns die Raketen gerne verboten haben müssen wir ja eigentlich noch haben oder ja die haben wir ja noch drei zwei eins go keine Sau da ist ja interessant schön dass ihr euer Schiff so gut kennt wow los pack alter gehen bei der ab holy ist nicht wer deiner ist oder die kann von ihnen natürlich nicht aufmachen der noch schöner alter gehen ab bei der das hast du zugelassen ihm ist egal wer ich bin was hätte ich denn tun sollen ihn bekämpfen ich habe die Verteidigungslinie gehalten ruf das Kommandodeck 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 auf dich wird erhören cool schöne Farben sieh zu dass du verschwindest auf geht's ich sichere steckst voller Überraschung was na natürlich alter geht die jetzt mit uns zuwachs für ein was was oder was hallo Henna willkommen im Squad ich sage es schon mal was zum Henker warum fahre ich einfach um interessant fahre ich einfach mal um keine Schaden alter müsste ich nicht sagen vorsichtig vorrücken ich bin immer noch Squadleader ich bin Squadleader ich habe Autorität wow Granate Granate Henna 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 pass auf na der ist es ja eh egal der hat ja einen Körper aus Stahl kommen die gerade hoch du bist weg ich auch wow also ich wusste dass er da ist also ich wusste dass er da ist läuft jetzt einfach mal der bei der Waffe ist ja eh egal die haben immer noch die gleiche die hat auch ganz schon Wurms ich gehe einfach mal hier rein ich gehe einfach mal hier rein und lade mal nach Vorsichtshalber weil wenn wir wohin denn alles klar also wenn wir da vorne hin müssen glaube ich auch dass gleich noch Helis kommen oder sowas Panzer werden hier glaube ich nicht kommen worauf hoher sehe ich glaube gleich noch noch Helis das ist jetzt schon irgendwie voraussehbar wow 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 oh und als hätte ich es draufgesprochen da sind schon die Helis shit bis zur nächsten Folge